Ja, Leute, es wird an der Zeit, seinen Abschied zu nehmen. Von meiner Familie! Ha! Ja, denn die Sache ist einfach, dass ich ab... Wenn ihr das seht, ich bin ab... Komm, 30. Juli, Son... ach, Sonntag, Samstag. Morgen um, keine Ahnung, 2, 3 Uhr, irgendwann während ich penne, geht nämlich schön mit meiner Familie in den Urlaub. Das heißt, ich hab dann 10 bis... 7 bis 10 Tage Sturmfrei. Ich bin dann alleine. Wenn das Wetter nicht gerade super ist, um dann schwimmen zu gehen, wisst ihr ja, was ich mache, ne? Oh, yeah. Naja, ich wollte dann nur was sagen, ne? Unstand der Dinge, ich werde jetzt wohl... in nächster Zeit erstmal nur, äh... hier... Pflanzen gegen Zombies zocken, weil das Spiel einfach wieder Bock macht. Tja, euer Pech. Und an alle, die sich nerven wegen LOL, ja, es kommt LOL. Abo-Runde, aber dazu in einem anderen Video. Ähm, und danach werde ich machen, ja, noch schönen Yu-Gi-Oh, Königreich der Illusion. Mücke. Moment. Natürlich, wenn ich meine elektrischen... meine elektrische Fliegenkletsche raushole, haut's dann natürlich ab, war ja klar. Ähm, nein, danach, wie gesagt, Yu-Gi-Oh, Königreich der Illusion. So bis zur Hälfte, irgendwann die zweite Abo-Runde. Ähm, LOL, zwischendurch, ähm... Äh, ja... Sonst was? Ich glaub nicht, ne? Ja. Das dürfte es dann eigentlich auch gewesen sein, für den Stand der Dinge. Juh, daraus wird mal wieder ein Stand der Dinge. 28. Juli 2011, Donnerstag. Booyah! See ya! Oder gesagt, hören. Hehe, tschö. 段 sun非常的 Leuke SIS-Drenung des Blast kg gb aus. 12. 12. 20. 15.